Will I lift you Servus Leute, Fanta spricht Und heute habe ich eine Runde Modern Warfare 2 für euch Gespielt und kommentiert wieder das ganze live Wir spielen übrigens auf der Awakens, sehe ich gerade Und ich spiele heute eine scheiß Klasse Mein Gamertag ist auch angepasst, also dieses rosa Herzin Name der Klasse, scheiß Klasse Oh, und ich sehe schon, das Spiel ist fortgeschritten und Leute Dieses Spiel hat einen Hintergrund Gestern meinte irgend so ein Uber Pro auf YouTube Zu mir, Fanta Du verachtest das Kommando Und das Messer nur, weil du einfach keinen Skill hast Und hier merkt man schon Bei einem ungewöhnlichen Skill Du verachtest diese Klasse nur, weil du keinen Skill hast Junge, hast du nicht gelernt, was laberst du eigentlich für Schwachsinn Das braucht den wirklichen Skill Spiel mal die Klasse, dann siehst du, was du verpasst Denn diese Klasse braucht Skill Bam Und jetzt haben wir einfach gedacht Gut, Kritik erwünscht Kritik wird auch angenommen Und ihr merkt schon Bam Ich habe drei Kills ohne zu sterben Und das alles nur mit meinem unglaublichen Skill Hier Kommando überhaupt nicht gegriffen Natürlich, das war nur mein Skill Meine pure Skill-Lastigkeit Ähm, jo Gut, die haben sich selber gekillt gerade Wunderbar Und warum da gerade der Payflow drauf ist, weiß ich Ich sehe nämlich nur hässliche Snipers Bam Skill Ich lerne das gar nicht mehr Skillen oder Messern Das heißt Skillen bei mir Gut, jetzt werde ich mal den Payflow runterschießen Mit meiner Predator Bam So, den habe ich mir jetzt geskillt Bam Skill 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 Bam Ich sage gar nichts mehr Ich sage nur mehr Skill Wenn ich einen Kill mache Also das heißt ja nicht Kill Das heißt Skillen Bitte Leute Nicht das falsches Denken Das heißt Skill Bei mir Und nichts anderes ist es Bam Das war jetzt kein Commando Das war mein Skill Das war einfach Ich weiß nicht wie oft ich es noch sagen soll Baf dich Kommandokrieger Gut, keine Star-Allüren annehmen Ist ja nie schlecht würde ich sagen, oder? Und bam Da Nur mit meinem Skill kann ich den so überwältigen Ihr hättet das nie Leute Wenn ihr es euch denkt Ähm Ja Gut Der labert Schwachsinn Das mache ich doch fix Aber Leute Das schafft ihr nicht Ähm Den Skill habe nur ich Und ihr könnt das gar nicht Das ist einfach Weil ich schon jahrelange Call of Duty Spielefahrung habe Ich spiele das Spiel so oft Ich spiele es sogar im Schlaf Und da kommt ihr einfach nie ran Also wirklich jetzt Das ist 100% mein Ernst Das werden die nie schaffen Was ist mit ihm los, Alter? Lol Hier Bam In your face Sit down, bitch So, jetzt wieder mal Hier meine Runde drehen Weil ich weiß Da kommt gleich irgendwo ein raus Baf dich In your face So Gut Jetzt schauen wir uns mal In den nächsten Wo der steht Da In die Fresse Von hinten Bam Skill Ich sag nur Skill, Leute Ich sag nochmal Skill zum Quadrat Da braucht man gar nichts drüber reden Also das Das Leute, wenn ihr jetzt meint Äh, hier Der Der belügt uns Na, na Also Ja, Skill Hoch 10 Da übrigens der Sniper Den ich mir jetzt auch noch mit meinen unendlichen Skill nehmen kann Was anderes ist auch gar nicht möglich Wenn ihr euch jetzt denkt Die wieder Schwachsinn Also Leute Hier zum Beispiel Bam Nur mit meinem Skill erreicht man so So unglaublich tolle Sachen Naja Gut Ähm Der hat mich mit seiner G18 A Schwul Hier Gepownt G18 A A Homo Wie ich es auch oft nenne Und so Ich setze jetzt natürlich meine Reise fort Ich will natürlich meinen Skill wieder unter Beweis stellen Scheiße Da ist keiner Ich hab aber den roten Punkt gesagt So Gut Jetzt werde ich hier wieder meine Runden drehen Weil ich weiß natürlich Hier kann man am besten sein Skill zeigen Und Leute Was anders will ich ja gar nicht mehr Bam Direkt in die Fresse Äh Braucht nur meine Sit down bitches Was anders will ich euch da gar nicht sagen Ja G18 A Kimbo Der Sniper Kann sich direkt bei Maschinima bewerben Mit seinen unglaublichen Quickscope Skills Und 360 No Scope Oh Aber jetzt Na Na Ach was ist denn Haha Okay merke ich schon High Level Aiming Direkt Maschinima sollte anrufen Und mich einstellen Hier natürlich den nächsten auch mir genatzt Äh Was die zwei Kollegen da machen Ich weiß es nicht Bam Skillen Skillen Leute nicht Nicht killen Skillen Mit dem Messer Da wieder Direkt ins Gesicht Sit down Show me your genitals Oh Schade Oh Greift nicht Aber Jetzt Nein Jetzt Ja Gut Hat gegriffen Wunderbar Natürlich Wieder Painkiller Hat da gar keine Chance Und hat auch gar nichts verloren Ich meine Leute Ihr seht mein Skill Und Was anders will ich ja gar nicht So Ich will meine Predator Sinngemäß Wie ich es eigentlich immer mache Versemmeln Bam Und hier jetzt hole ich mal den letzten Oh das ist der 18er Kimbo Typ Der kann mich vermutlich killen Alright schauen wir das mal an Bam Da Harrier Natürlich Leute Skill 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 Bam Und das war es 30 zu 3 Leute So ich hoffe euch hat es gefallen Seht das ganze Video nicht zu ernst Es war wirklich nur just for fun Und ich wollte nur mal zeigen wie scheiß Nubik diese Klasse ist Und wenn es euch gefallen hat Dann lasst einen Daumen da Wenn ihr das gleich seht Dann sagt es auch Diskutiert etwas in den Kommentaren drüber Und ich verabschiede mich mit den Worten Tschau sonst reingehauen Leute viel Spaß noch Hört auf zu messern Euer Fanta Aber nur in Verbindung mit Kommando Okay